In diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf Terminus Perks umsonst bekommen könnt. Dafür gibt es zig Easter Eggs, mit denen ihr den Kauf der Perks an der Maschine umgeht. Geht ihr ins Biolabor, dann seht ihr hier mehrere Zellen. In den Zellen befinden sich Zombies. Schießt alle Zombies ab und beendet die Runde. In der nächsten Runde seht ihr nun, dass Ungeziefer hier in den Zellen ist. Schießt erneut alle Ungeziefer in den Zellen ab und beendet dann wieder die Runde. Nun in der dritten Runde hatte ich einen Mengler in der Zelle. Und nachdem ich ihn erlegt habe, ist ein Zufallsextra, also ein Random Perk für mich gespawnt. Ich sehe niemanden, der deine schrottigen Überreste recycelt. Zufallsextra. Ein weiterer Weg um einen Perk umsonst zu bekommen ist das Sporen Easter Egg. Holt durch ein Boot und fahrt die Insel ab, bis ihr eine Insel mit Sporen findet. Schießt dann alle Sporen auf der Insel ab und beendet die aktuelle Runde. In der nächsten Runde solltet ihr nun erneut eine Insel mit Sporen finden können. Schießt wieder alle Sporen ab und beendet die Runde. Und nun ist die dritte Insel mit Sporen gespawnt. Wie wer den anderen zwei Inseln schießt, erneut alle Sporen ab und beendet die Runde. Geht nun zu der Höhle, in der ihr Speedcorder finden könnt. Hier sind ebenfalls Sporen gespawnt. Schießt ihr alle Sporen hier im Tunnel ab, dann lässt die letzte Nebenloot ein Zufallsextra fallen, wodurch ihr nun eben erneut ein zufälliges Perk bekommt. Schießt ihr alle Sporen ab und beendet die Sporen ab und beendet die Sporen ab und beendet die Sporen ab. Eine weitere Möglichkeiten Perk umsonst zu bekommen sind die Kisten unter Wasser zu öffnen. Neben den Hauptinseln oder teilweise im Biolabor oder unter dem Meeresturm sind zufällig pro Spiel Kisten im Wasser zu finden, die ihr eben aufmachen könnt. Diese Kisten geben euch Loot. Ich hatte hier sogar schon eine Raygun gefunden, aber ihr könnt hier ebenfalls ein Gratis Perk aus der Kiste ziehen. Auf der Karte sind Schaufeln zu finden, mit denen ihr wie früher in Black Ops 2 oder Black Ops 3 auf der Karte Origins kleine Hügel ausgraben könnt. Diese Hügel geben euch Loot und wenn ihr Glück habt ein zufälliges Perk. Auf der sogenannten Crab Island könnt ihr Whack-a-Mole, also haut den Maulwurf, spielen. Findet dafür, dass Netz hier über euch versteckt. Werft dieses mit einer Haftgranate oder zum Beispiel einem Molotow ab. Es gibt anschließend vier Orte, wo ihr Whack-a-Mole spielen könnt. Entweder gibt es Geld, einen Perk, eine Waffe oder Schrott. Ich zeige euch hier die Stelle, wo ihr das Perk bekommt. Die kleinen Krabben sind dann hier einmal am Boden, nachdem ihr das Netz abgeworfen habt. Messert diese, also schlagt auf sie ein und ihr bekommt einen Beißbauschläger in die Hand. Versucht nun in der vorgegebenen Zeit so viele Krabben wie möglich zu hauen. Umso besser ihr spielt, desto höheren Loot bekommt ihr. Schneidet ihr ganz schlecht ab, gibt soweit ich weiß sogar eine Granate, die explodiert. Ansonsten solltet ihr hier ein Gratis Perk bekommen. Findet ihr einen Beuteschlüssel, könnt ihr damit in der Waffenkammer Loot bekommen. Die Waffenkammer ist neben Stamina. Mit Glück gibt es hier ein Gratis Perk für euch. Und zu guter Letzt gibt es noch die Sam Prüfungen. Schneidet ihr hier gut ab, dann könnt ihr auch hier mit Glück ein Gratis Perk aus der Kiste ziehen. Gibt es Gratis Perk Easter Eggs auf Terminus, die ich vergessen habe, abgesehen vom Haupt Easter Egg natürlich? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.